Wo tue ich denn Knowledge Fragment rein? Ah Taumkraft, ich weiß schon. Achja, ich war jetzt mit der Decke so. Das bleibt der Wüte dran. Bitte was? Es wird noch. Stresst mich hier. Das wird, das wird. Wenn nichts wird, wird es wird. 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 Wird scheinlich so sein. Wir haben noch eine Kleekiste, ne? Wo ist die? Braubordnungsraum. Jupp. Müssen aber nicht drumherum die Dings. Müssen nicht mehr drumherum? Ja. Hier war offensichtlich auch mein Ritual. Habe, du stresst mich gerade. Was denn? Ich wollte es doch nur wissen. Ah. Ah. Hier direkt neben unseren... Oh, ich liebe es. Kannst du jedem empfehlen? Battery Beat 38, das heißt Pokémon Remix. Das heißt, es ist aber doof gebaut. Es ist eigentlich die Zelda Musik. Hatte ich nicht mehr Tanks? Nein. Den hast du, den hast du in die Mitte gemacht. Obsidium Teil und Obsidium Totem. Wo kommt das rein? Nach Thumbcraft, ich sehe schon. Äh. Bowl, wo kommt Bowl hin? Wieso ist eigentlich schon wieder Nacht, ey? Es ist immer Nacht. Eigentlich ist hier immer Nacht. Ich habe es nur noch nicht gemerkt. Pikachu! Hab dir mal Licht gemacht. Über dir ist Wasser, ne? Hm, ich weiß. Darf ich nicht weiter hochgraben. So, alles passt aber so. Na, wo. Pikachu! Du dich doch selber. Aull. Aull. Unterweil haben wir schon ganz schön viel Stuff, kann das sein? Wer hat's da? Ja, ist schon einiges geworden, das stimmt. Warum sind denn hier Bücher drin, in den Tisch? Da fehlt noch einer. So. Pikachu! Können wir noch mehr davon? Können wir ins Bett gehen? Nee, können wir nicht. Da liegen 15 Leute bei uns in den Betten. Ja. Nur 15. Raus aus meinem Bett, du Eumel! Raus aus Blase Bett! Du, Eumel, Blase, ich hab grad dein Bett abgebaut. Nee, Harpe war es. Ja, super, dann stell es bitte wieder hin. Nicht sterben jetzt. Da liegt da noch einer. Kann aber gar nicht rein. Diese Achse ist so schnell. Wie frech ist das denn? Ja, wir müssen mal Eisentüren machen und dann so Knöpfe, dass die hier nicht rein können. Weil es doof, wenn man die alle dauernd umbringt. Das suckt. Ich mach mal Eisentüren. Hast du ein Bett, hab ich genommen, Harpe? Ja, hab ich. Das ist das von Daniel. Macht nichts. Das kann ja ab. Ja, dann ist ja gut. So, Türen gingen noch hier. Au, what? Hier ist eine Axt. Ach du Scheiße. Und Knöpfe braucht man heute? Ja, das ist eine fliegende Axt, die quasi unsichtbar ist. In Anführungsstrichen. What the fuck? Und da ist mit ihr Ohr. So, Knöpfchen macht man so. Hau ab hier von meinem Feld. Das ist mein Feld. Geh doch einfach weg. Warum liegt der hier auf dem Boden? Mit seinem Kind. Na gut, dann, wenn er ein Kind hat, dann, ne, dann, das liegt in ihm drin. Der gebärrt das gerade, so sieht das gerade aus. Ja echt, das liegt genau unten in ihm drin. Guck dir das an, guck mal, wie das rauskommt. Guck mal her, komm mal her. Daniel, komm mal her. Ja, ja, gleich, gleich. Komm her jetzt. Gleich. Das muss man gesehen haben. Komm, stell. Guck jetzt. Ah, ich hab die Axt am Arsch. Komm jetzt her. Der hat die Axt am Arsch. Ich kann nicht. Oh, hier ist eine fliegende Pickaxe. Die macht Schaden. Ja, nicht nur die fliegende Pickaxe. Was ist denn zum Henker? Ich bin auch vergiftet oder sowas. Es ist zwar schön, dass ihr hier Eisentüren habt. Ja, drückst den Knopf, kommst da rein. Pappnase. Was wolltest du sagen? Ja, der hier, meinst du, stimmt. Ja, das hast du jetzt weggemacht. Jetzt konnte sich das, äh... Das... Das Kind war in ihm drin, das Kind hier. Ja, ich weiß. Der hat den gerade gekriegt. Ja, der ist gerade erst mal weggekommen. Wir schlachten den einfach. Mein Gott. Baby Shender. Wo ist eigentlich mein Essen? Ich hab mein Essen weggeräumt. So, Blaze. Erzähl dir eine gute Nachtgeschichte. Es war einmal. Ja, und dann war der schon tot. Ich liege. Ich liege auch. Ich räume den Koppelstum weg. Willst du nicht liegen? Wir kämpfen oder so. Gute Nacht. Ich muss erst mal den Klopfen. Der ist auch. Pappnase. So, ich verstehe zwar den Auto-Enchanter immer noch nicht ganz. Musst du ja auch nicht. Ne, ich kenne halt nur den Auto-Enchanter damals von, ähm... Hexit. Und du weißt, eins, so geht der hier nicht. Genau. Weil das Problem ist, wenn ich hier was reinlege, haut der automatisch was drauf und ich kann es aber nicht mehr rückgängig machen. Fleetfooted, was immer das ist. Ist ja ein Auto-Enchanter. Ja, aber ich möchte auch die öfters reinlegen können. Ne. Dann wär's ja ein öfter Rein-Leg-Enchanter. Ja, Blaze. Magst du mir irgendwann nochmal in der Smeltery ein, äh... ... ein Holz-Ack basteln? Weil sonst kann ich kein Holz mehr abbauen. Ich hab meine ja dem Daniel gegeben. Was, was möchtest du? So eine Ack von Holz abbauen. Eine Tinkers, eine Tinkers, äh Flint-Acks. Nimm doch einfach, äh... Wenn du was abbauen willst, die Lumber-Acks aus der Holzkiste oder aus der Werkzeugkiste. Das wär zu einfach. Wo ist denn da eine Lumber-Acks? Okay, ich darf... Da, wo Lumber dran trägt. Die ist ganz lila. Wie lange hält die jetzt noch? Die kannst du doch mit Reparieren, mit Obsidianen reparieren. Dann nehmen wir die noch. Naja, sofern es noch Obsidianen gibt, ja. Bitte, wir haben da draußen noch dieses Obsidian-Feld. Ja, ist ja gut. Feld, das klingt so, als würden wir es anbauen. Das war fast so. Ich wünsche euch einen schönen Tag, wir sehen uns wieder in der nächsten Aufnahme. Hallo! Das war's mit Aufnahmen übrigens. Wieso? Ja, weil vorbei. Das kann überhaupt nicht sein. Wenn, dann ist es in neun Minuten vorbei. Und so lange nehme ich auch noch auf. Ja, dann mach ich auch. Was ihr mit den neun Minuten am Vorgang macht, ist mir völlig egal. Ich kann ja mal gerade nachschauen, wie viele Aufnahmen wir haben. Dann wissen wir es genau. Äh, das... Gibt sowas nicht hier, ey. Eins. Also wir haben sieben Aufnahmen jetzt. Also wir haben keine vollen zwei Stunden, glaube ich. Nee, erst neun Minuten, sag ich ja die ganze Zeit. Ja, das heißt aber, wir müssen dann noch schnell ne Aufnahme machen. Ja, mach doch. Aber die wieten dann nur neun Minuten. Oh, jetzt halt weiter. Juhu. Die wieten neun Minuten, das kann ich jetzt schon besprechen. Wir sollten es vielleicht noch auf ne... Ja, egal. Letztes Mal haben wir euch nach eurem System gerichtet. Jetzt richten wir uns nach unseren. Ganz einfach. Serum, was habt ihr heute alle mit dem Pfeifer? Ihr wollt mich echt wahnsinnig machen. Entschuldigung. Versuche mich nur abzuregen, weil der Razamon immer sagt, wir haben uns mal danach. Wow! Ach du, ich werde das jetzt ganz einfach machen. Ich werde euch alle im TS sowas von runterschrauben. Dann seid ihr bei mir in den Aufnahmen so richtig schön leise. Ich habe aber in den Aufnahmen schon geguckt. Also wir sind generell bei euch so ein bisschen leise, habe ich das Gefühl. Bei wen? Ich meine bei Blaze und bei dir. Warum werden hier eigentlich automatische Bäume abgeholzt? Weiß ich nicht. In dieser komischen Baumfarme, das baust du automatisch ab, das Holz. Und dann pflanzt du dich ein neuer Baum. Guck dich das an. Wo bist du denn? Ja, unten bei dieser komischen Baumfarme. Ich baue gerade den Rand davon ab. So. Äh. Hier ist aber niemand. Ja, nein, das ist wie mit den Häusern in den Schildern hier. Das geht einfach nicht. Das kannst du nicht abbauen. Das kommt zum Teil einfach wieder. Nee, die bauen sich selber ab, die Bäume. Und die bauen sich setzen sich wieder hin. Als wäre das eine Baumfarme. Das ist ja auch eine Baumfarme gewesen. Wo denn? Ja, direkt in den Tanns am Haus. Ich war jetzt noch ein paar Minuten. So war es jetzt noch Plan für die letzten 9 Minuten. Wieso 9? Sind nur noch 7? 6,5 eigentlich. Da unten. Da ist ein Baumfarme. Da. Ach da. Da haben sie gerade die Bäume selber abgeholzt und nur der eine nicht, die anderen, wenn sie so groß werden, werden die automatisch nicht abgeholzt. Da, guck mal drauf jetzt. Jetzt gefällt er so. Jetzt wird er nicht, warum wird er jetzt nicht gefällt? Hier kommt irgendwo eine Maschine und runter ist oder sowas. Hier auf der Plattform war anscheinend schon jemand. Wo bist du jetzt auf der Plattform beim Baum? Nö. Ich habe sie auch kaputt gemacht, weil ich den Rand abgebaut habe. Könnte sein. Ich sehe schon wieder so einen komischen Ritual-Dingsbums von gerade vorhin. Na, hörte mal, das ist der hier, guck mal. Der sagt auch, was er macht. Der macht jetzt mit der Painting Zepplings. Der geht jetzt mit dem Setzling in den Plattform. Ach so. Ach so. Oh, der geht jetzt hier rüber. Aha, ich sehe es. Chopping Wood. Aber gerade war er nicht da gerade. Einfach woanders. Hm. Hat er wahrscheinlich Planting, äh, Setzlings neu geholt. Ja, jetzt. Gib den, der vor mir steht. Und puff. Liebe Zuschauer, wenn ihr wisst, dass man diese Dörfern auf sich hat, ob man das irgendwie sinnvoll nutzen kann, anstatt die Leute immer umzubringen. Also das mussten wir jetzt ja, weil die in unseren Betten lagen. Ähm. Hausbesitz. Aber, aber vielleicht kann man ja mit den Leuten noch was anfangen, außer sie ständig umzubringen. Da muss ja irgendeinen Sinn haben. Guck mal, mein Inventar ist voll. Auf du, Shad. Alles klar, ey. Ja, die sind, äh. Die sind mir unheimlich. Ich hab doch vorhin... Hast du noch eigentlich wieder Rucksäcke oder hast du noch? Du hast noch, ne? Ja. Du hast mal unsere Wolle abwehren. Da fehlt deine Wolle, eine Wollepflanze fehlt. Über der Wolle war Schnee, ne? So. Habe noch Schnee gemacht. Oh. Gelb wie Schnee? Hast du Schnee gepupst? Haben wir... Ne, Pupsen hab ich da abgestellt. Ne, dann wärs grüner Schnee. Igitt. Wir hatten ja schon ein nächster, da hatten wir ja schon. Was war meiner? Kann man noch was mit Rottenflash machen? Ne, saß da. Ne, saß da. Ne, saß da. Di, 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 di. I wanna be a Ne, saß da. Ein Block auf Rottenflash kann man davon machen. Woche 30 Seeds. So, jetzt kann ich die... Ne, kann ich nicht damit benutzen. Still zu. Damit kann ich's aber benutzen. Breaking. Ne, da war ich immer noch so ein Loch da. Drei, okay. Ach so. Kann man da noch draus machen? Ne, das da... Ne, das da... Erdutilized Dirt. Aber was bringt er? Erdutilized Dirt. Warum ist das hier eigentlich die Erde alles? Ist das jemand? Ne. Erdutilized Dirt. Wächst das Zeug schneller? Ja, das dann schnell wächst, ne? Klingt auf jeden Fall so. Könnte man aus Dirt, Rottenflash und Bone Meal machen. Dann kann man noch Zombie Heads daraus bauen. Graveyard Soil kann man da raus bauen. Sticks and Stones. Und was war das String, ne? Zombie Jerky. Hallo ist klar. Ach. Purified Meat. Ach, das kann man auch in Purified Meat umändern. Dann kann man das essen, ne? Dann macht's sogar Sinn. Ja, du kannst da auch... Äh? Kann man da Leder? Ne, das versteh ich nicht. Hä? Was? Man kann da wohl auch Leder draus machen. Irgendwie. Wie? Frost 1 Power 3, yes. Man kann das auch in Blut einschmelzen, falls wir mal Blut brauchen. Ich hab die jetzt erstmal gestackt, weil die Nerven als... Ich hoffe, man kann die aus... So, ich hab jetzt einen Bogen, der Frost drauf hat. Friert das die wirklich ein oder was passiert dann? Oh no. Wäre ich mal kurz ausprobieren müssen. Wieso kann ich den Hund nicht mehr setzen? Ja, hier, ich bin da. Wie habt ihr die hier gesetzt? Hallo? Hallo, wo bist du? Was? Vielleicht hast du auch irgendwas abgebaut? Vielleicht fehlt der Sockel oder... Ja. Er schießt mich. Ich hab da drunter die Erde weggemacht. Das war das Problem. Ich hau die Statue einfach mal in den Stein rein, weil das ist ja auch Stein. Also das lief mir dreieinhalb Herzen ab. Und ähm... Es hat kurz geblubbert, aber ich weiß nicht wieso. Äh, ich werde auf einen von den Schießen. Jaja, ich hab ja Frost da drauf. Da hinten ist so ein Survivor, den wir jetzt mal wegmachen. Von wegen Survivor. Fremd. Ey, you. Look at me. Look at me. Ey, you. My horse. My horse ist... Er hat irgendwie einen Effekt drauf. Wahrscheinlich ist er langsamer oder sowas. Amazing. Sag mal, ähm... Das war ein tolles Spiel. Lieber, lieber Razamun. Wo hast du jetzt den Inkstack hingetan? Letztes Mal. Bei Mob Drops. Bei Mob Drops, okay. Ja, das ist zumindest reingetan. Weil sie jetzt auch nicht mehr da sind, dann hat sie immer rausgenommen. Du, 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 du. Wir hören da gar nicht rein. Wo sollen die sonst hin? Nein, ich meine hier die Muscles, Human Flash, Langs und so, die gehören in die andere Kiste. In diese Evil Craft, Wizardry, komische Kiste da. Okay. Ich weiß doch gar nicht, was wir mit diesem ganzen Humanoid Flash anfangen sollen. Das sind ja nur unsere... Unsere Körperteile. Ja, wir können bald echt so eine Kiste mit Ersatzkörperteilen anlegen. Ja, das darf es da. Das ist doch gut ein Ersatzteil-Lager. Naja. Aber diese XP-Tanks finde ich ja schon geil. Habt ihr auch Sachen wieder gleich damit verzaubert? Ja, ich habe schon einen Bogen. Achso, das heißt, wenn man einen XP-Tank da unten hin tut, und da drauf dann diesen Automatic Enchant hat, dann füllt er sich da mit diesem Zeug und dann kannst du direkt gleich in Charden Sachen, oder was? Jo. Hä? Hä? Das ist praktisch. Das macht auch Sinn. Warte mal. Hä? Rüstung, Waffen, Werkzeuge... Hä? Hä? Was will er? Ich check's nicht. Oh, wir reparieren. Der Harp hat nur gerade verstanden, wie der Auto-Encharter geht das alles. Ja, finde ich voll gut. So, hat er dir schon ein Glas-Dingste gebaut? Kann man da auch einstellen, was man da drauf entschieden haben will? Ein Glas-Dingste, ja. Nein? Nee. Jetzt habe ich auch Frost 1 auf meinem Bogen. Du regelst vorher den Level. Ja, ja, der war auf 30. Und was hast du gekriegt? Frost 1. Und sonst nichts? Nee. Hast du Pech. Meiner hatte Frost 1 und Power 3 gekriegt. Machst du auf 1,20? Dann kriegt der Infinity. Jetzt nochmal verzaubern geht ja nicht. Und reicht auch nicht, wenn die XP ist jetzt ein bisschen. Da ist das bei... Ist das bei Vitebis Monster auch so mit dem... mit dem Enchant-Auto-Enchantment-Kampf und so? Da steht da... Lebo-Le for have wars and relations between them, they are now... Aha. Das heißt, die Völker können sich hier untereinander irgendwie gegenseitig übernehmen. Oder was? Die kann so aus. Ja, die führen Krieg, glaube ich. Ja, dann müssten wir die doch eigentlich hier beschäftigen, anstatt die ganze Zeit umzubringen, weil die ja unsere Freunde sind und so. Und wir wollen ja die Weltherrschaft an uns reißen mit diesem Dorf. Das ist das, was unsere Freunde sind. Hm. Ich hab's nicht gesagt. Vielleicht arbeiten wir nur als Sklaven für die. Wir legen jetzt Felder für die an und sowas. Äh, die liegen schon wieder in unseren Betten. Wie sind denn die hier reingekommen? Durch die Wand. Die teleporten auch übrigens. Ja, haben wir ja vorhin gerade bei dem Dumbar-Kerl gesehen, ne? Also von daher jetzt nicht wirklich... Ja, dann werden wir sie wahrscheinlich bald ausgerottet haben. Ne, ne. Die schaffst du nicht auszurotten. Mach dir da mal keine Sorgen. Das ist Chinatown. Wir haben so viele von denen umgebracht, äh... Die kommt immer wieder. Wir haben ne... Die spawnen immer noch. Die haben ne Population von 14. Das steht ja auch an dem Schild. Ne, inzwischen sind es 16 sogar. Und, äh, das geht auch nicht einfach weg. Hier oben steht das sogar. Äh, sag ich mir grad. Das steht hier so. Construction. Ach, man kann die auch wahrscheinlich mit Zeugs füttern. Dann bauen die bessere Sachen und so. Richtig. Die eingesperrten sind alle weg. Ich töte... Soll ich mal den King töten? Er ist off sleeping. Ja, warte. Wo ist der? Äh... Komm ich mit hin? Ich kann ihn leider nicht hauen. Na, jetzt hab ich ihn. Oh, der hat ein Schwert. Oh, der hat ein Schwert. Oh, der hat ein Schwert. Oh, oh, oh. Weichei. Und du? Das ist die Frau von dem. Du hast nix oder wie? Wollte ich grad fragen. Die kann ich nicht angreifen. Ne, ne, die muss ja jetzt Kinder herkriegen. Deswegen kann man die nicht mehr angreifen. Die gebet jetzt einen neuen König. Oh, jetzt hat der Schaden gekriegt einmal. Das ist gut. Ich baue den Ofen unter ihr ab, dann fällt die doch bestimmt runter. Okay, anschießen kann ich's nicht. Oh, jetzt. Ne, die ist unverwundbar. Schade. Die Schaum auf die Population. Wenn die sich hinlegt. Die kriegt bestimmt alle Kinder. Die kriegt alle Kinder. Oh, ich hab... Ja, wenn die aufsteht und sich wieder hinlegt. Genau da kriegt die Schaden. Ne, die buggt sich wieder voll. Das ist blöd. Die buggt sich wieder voll. Die buggt ihre Babys. Ist das Population eigentlich eigentlich weniger, als ich mich umgebracht habe? Ne, immer auf 16. Ach, hör doch auf. Ich glaub das ist kaputt. 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 Ich hab hier abgearbeitet. Das kann das. Was will der schon wieder auf mein Feld? Der haut dich. Der kommt einfach an und haut dich. Wie geil ist das denn? Oh ja, und du guckst zu. So nachher. Du guckst zu. Der kam gerade von meinem Feld und ich dachte mir, was will der hier? Und dann haut der dich einfach. Das ist schon ein krasses Typ. Wir müssen unbedingt Schluss machen. Wir sind schon überzogen jetzt hier. Außer, wie lange braucht ihr das noch für eure Folge? Wir sind schon überzogen. Das ist doch egal. Also mir ist das wohl. Gut, dann machen wir jetzt hier Schluss, würde ich sagen. Alles klar. Mach Schluss, du Sau. Jeder stellt sich auf sein Bett. Ich bin noch gar nicht zu Hause. Oder legen, ne? Achso. Aber ich kann nach Hause kommen. Ja dann. Gibst du mir ne Minute. Aber langsam mal. Ne Minute? So lange? Wieso denn? Junge, was ist los? Eigentlich nicht, eigentlich nicht. Moment. Ähm, wo haben wir es denn? Aua, wir haben mich zu hauen. Gott, wie schnell die Zeit vergeht, ey. Sag ich ja. So. Wo hier? Dosenalarm. Da haben wir zu spät angefangen. Äh. Ja, 10 Minuten. Und? Genau. Weil ich immer noch auf dem Klo war. Genau. Und ein flotten Auto hatte. Wenn die Natur ruft, dann muss man ihr nur mal folgen. Kann man nichts dran ändern. So. Sonst klappt man. Gut. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.